Das Institut besteht insgesamt seit knapp 25 Jahren. Seit neun Jahren sind wir hier im FEZ. Die Nähe zur Universität ist für uns der wichtigste Faktor, warum wir hier im FEZ sind. Naja, es muss sich schon um ein kleines und mittleres Unternehmen handeln. Die neuen Gründer bekommen Sonderkonditionen, damit ihr Unternehmen wachsen kann. Der Standort für uns im FEZ ist sehr praktisch, weil wir eben Räumlichkeiten des FEZ, Seminarräume, Veranstaltungsräume nutzen können. Der Standort Witten hat natürlich gewisse Standortvorteile, ist relativ kostengünstig, zum Vergleich zur Münchner Innenstadt zum Beispiel. Die Nähe zur Universität ist uns sehr wichtig. Wir sind ja auch ein An-Institut der Universität. Wir sind die innovative Adresse für kleinere und mittlere Unternehmen und Gründer. Zum einen natürlich immer rüber müssen zur Administration, aber weil wir auch den Austausch zu den Medizinern suchen. Im FEZ haben wir auch Gründerbüros zur Verfügung, die wir jungen Gründern anbieten können. Daneben größere und kleine Präsentationsräume von 15 bis 200 Personen, insgesamt fünf Stück. Wir haben Besprechungsräume, die wir ermieten und das entsprechende Equipment dazu. Für uns ist zum einen auch die Nähe zu den Lehrstühlen wichtig, die ja hier auch zum Teil angesiedelt sind. Oben am Universitätscampus ist genügend Platz rund um die Gründerzentren herum. Hier gibt es Ansiedlungsmöglichkeiten und wenn ein Gründer zu groß wird, kann er rausziehen und neu bauen nebenan. Das FEZ ist ein hervorragender Ort für Gründer und Unternehmen, die den Vorteil der Vernetzung und des universitären Standorts nutzen wollen. Informieren Sie sich über unsere Gründerberatungsangebote. Wir bieten attraktive Mietkonditionen für Büros, Labore und Veranstaltungsräume.